Ey, kannst du mich hören, Alter? Nee. Kannst du mich hören? Ich mach dich kranker Haus. Wieso? Ich mach deine Mutter kranker Haus. Was? Und dann mach ich deine BMW-Werkstatt, Alter. Oh nein! Yeah. Ey. Die ganze Skin hat Nazi-Scheiße, nimmt hier keiner wichtig. Der Mann ist sich hier einig, die sind am Kopf nicht richtig. Über Mangel an Gewürzen wird ja auch nicht umgequakt. Die gibt's hier billig Euro im Sultanmarkt. Wenn du wie ich woanders her bist, schmiert man dir das nicht den ganzen Tag aus Brot? Bei all den wunden Paradiesvögeln gilt hier kaum noch einer als Exot. Die meisten Atters leben länger als ihre deutsche Nachbarn hier. Saufen Racki, Fes und sogar deutsches Bier. Und willst du mal was anderes als die all die Pöre saufen? Kannst du dir bei Koop einen König kaufen? Ich selbst kaufe fast nie bei Koop. Die sind mir viel zu teuer, ich bin noch nicht bekloppt. Da geh ich schon eher um die Ecke zu Sky. Das liegt ja auch viel näher und die Preise sind fast gleich. Aufpassen. Aufpassen. Ja, wenn du denkst, jetzt hier nix los wäre, dann liegst du schief. Mein lieber Herr Gesangsverein, Garten ist aktiv. Türke, Spanisch, Russisch, Italienisch, Tamil. Arabisch, Armenisch, Kantonesisch oder Suaheli. Bladüch, schnack den Hut noch hier in Kiel. Bladüch, schnack den Hut noch hier in Kiel. Wo gibt's denn heutzutage noch ne Nassrasur? Paffen zur Zigarre und zur Föhnfrisur. Und lecker dünnern Dürren und gratis zählen Magen, keine Frage. Hier bei uns im Garten. Lechis, Iron, Ibar, Keramik, Leoparden. Melonen, Hamel, Lamm, Oliven und Tomaten. Plute, Hähnchen, Hering, Kartoffeln und Netzbraten. Wo's das alles gibt? Na hier bei uns im Garten. Wo schminkt ein Osmaner für dich Nadel und Fahne? Na klar. Hier bei uns im Garten. Wo pflegt man dich von Kopf bis zu den Waden? Na klar. Hier bei uns im Garten. Wo kann man nach Lust und Laune drin oder draußen baden? Na klar. Hier bei uns im Garten. Wo wird der Sperrmüll im Innenhof verbrannt? Ob die Feuerwehr kommt, na da bin ich mal gespannt. Ja wenn du denkst, jetzt hier nix los wäre, dann liegst du schief. Mein lieber Herr, Gesangsverein Garten ist aktiv. Türkisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Tamiere. Arabisch, Arminisch, Kantonesisch oder Suaheli. Bladis, schnack den Ruck nur hier in Kiel. Bladis, schnack den Ruck nur hier in Kiel. Ja wenn du denkst, jetzt hier nix los wäre, dann liegst du schief. Mein lieber Herr, Gesangsverein Garten ist aktiv. Türkisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Tamiere. Arabisch, Arminisch, Kantonesisch oder Suaheli. Bladis, schnack den Ruck nur hier in Kiel. Bladis, schnack den Ruck nur hier in Kiel. Wo kommt Uwe erst mittags in die Hufe? Hier bei uns in Garten. Und wo drückt Klaus ganz gern mal auf die Tube? Hier bei uns in Garten. Wo rückert Achim mit An- und Verbrauchtwaren? Hier bei uns in Garten. Die Antwort auf all die Fragen, die dich plagen, lautet fast immer, hier bei uns in Garten. Okay. Danke. Danke. Danke dir.